Willkommen bei Finance Experience. In diesem Video sprechen wir über die bemerkenswerte Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. In seiner Rede scheint er uns auf harte Zeiten einstimmen zu wollen, die wir laut seinen Angaben lange spüren werden. Und auch von einer Veränderung spricht Steinmeier, die schneller vonstatten gehen könnte als viele erwarten. Wenn ihr wissen wollt, was der Bundespräsident genau sagte und auf was er uns vorbereitet, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. In einer Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, die bei einem Konzert für Freiheit und Frieden im Schloss Bellevue per Video zugeschaltet wurde, stimmte dieser die deutsche Bevölkerung auf harte Zeiten ein. Laut Steinmeier müsse man sich durch den Krieg in der Ukraine auf Einbußen und härtere Tage einstellen. Diese Tage würden laut Steinmeier die Welt und somit auch Deutschland verändern. Dabei könnten diese schneller passieren, als wir es für möglich gehalten hätten. Die verhängten Sanktionen gegen Russland, mit denen die EU auf das Geschehen im Osten reagierte, würden dies mit sich bringen. Im Detail sagte Bundespräsident Steinmeier folgendes. Zitat Wir werden bereit sein müssen sie zu tragen, wenn unsere Solidarität nicht nur Lippenbekenntnis sein, wenn sie ernst genommen werden soll. Unsere Solidarität und unsere Unterstützung, unsere Standhaftigkeit, auch unsere Bereitschaft zu Einschränkungen werden noch auf lange Zeit gefordert sein. Zitat Ende. Diese bemerkenswerten Aussagen des Bundespräsidenten sollten nun auch den letzten wachrütteln. Es ist ganz klar abzusehen, dass die aktuellen Auswirkungen, die wir bereits jetzt durch den Krieg in der Ukraine erleben, erst der Anfang sind. Wenn man sich diese Aussagen genau anhört, scheint es ganz klar so zu sein, als möchte man uns auf schwere Zeiten einstimmen. Was allerdings im Detail gemeint sein könnte, darüber kann man nur spekulieren. Schon jetzt spüren wir die Auswirkungen unter anderem bei den Energiepreisen und anderen lebensnotwendigen Dingen, wie beispielsweise bei den Lebensmitteln. Die Kosten für Heizen und Tanken sind massiv gestiegen, und dabei werden viele Effekte des Krieges erst verzögert eintreffen. Es ist bereits jetzt schon abzusehen, dass wir in Deutschland bald Probleme erleben werden, die wir bisher nicht kannten. Die deutsche Industrie kann die steigenden Energiekosten zum Teil jetzt schon nicht mehr stemmen. So hatte zum Beispiel ein Stahlwerk im Norden von Augsburg seine Produktion zeitweise eingestellt, da das Unternehmen mit derartig hohen Energiekosten nicht wirtschaftlich arbeiten kann, und all das scheint nur der Anfang zu sein. Sind nun Unternehmen gezwungen ihre Produktion zu reduzieren und teilweise herunterzufahren, werden wir nicht nur weitere harte Einschnitte in den Lieferketten sondern weiter massiv steigende Preise erleben. Vor allem ab dem nächsten Winter besteht dann die Gefahr, dass die Energiewirtschaft die Industrie nicht mehr ohne weiteres mit Energie versorgen kann, und zeitweise vom Netz trennen muss. Und auch weitere Probleme in der Lebensmittelbranche kommen auf uns zu. Neben den steigenden Transportkosten erleben wir ausbleibende Lieferungen für Mais, Weizen, Gerste, Soja und Raps aus der Ukraine. Öle, Nudeln, Mehl und Zucker werden in den meisten deutschen Supermärkten bereits jetzt schon rationiert. Für die deutsche Wirtschaft ist die Prognose düster. Eine Rezession halten die ersten Experten nicht mehr für ausgeschlossen. Wurden mit den Corona-Maßnahmen vorrangig der Dienstleistungssektor wie Handel, Gastronomie und Hotellerie getroffen, kämpft nun die Industrie ums Überleben, an der Millionen Jobs hängen. Als Fazit können wir festhalten, die Party in Europa und selbstverständlich auch in Deutschland geht nun zu Ende. Auch das Fenster zur eigenen Vorbereitung schließt sich zunehmend, nach unzähligen Jahrzehnten des Aufschwungs wird es nun für viele ungemütlich. Und was denkt ihr? Stehen uns nun tatsächlich harte Zeiten bevor? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience